Guten Morgen, jetzt hören Sie das Neueste von Afrika. Früher war ich in Afrika, ja, ein guter Mann, ach ja, ich wollte immer Häuptling werden, ja, aber da kam ein Schiff da her, ja, ja, und nahm noch mit. Wir alle heute, ja, und wir fahren übers Meer sogar, hier oben zu wird einer einer rausgeworfen, ja, und sagt, der taugt nichts für da drüben, ja, und dann finden wir in Amerika, ja, dann sind wir auf einmal Sklaven, ja, und im Sklavenmarkt, ja, ja, was machen wir ja wirklich da, da werden wir geschlagen, ja, erschlagen und auch noch mehr sogar, überall, überall auf dieser Welt sogar, jeder kriegt nicht genug, ja, darum tut man immer, ja, einen anderen Mann oder andere Frau unterdrücken, ja, und das mach ja so gerne, ja, so gerne, ja, die weißen Männer, das ist doch klar, jeder will nichts arbeiten, ja, jeder will auf als Sklaven, ja, und warum dann nur, warum dann nur, das ist, das ist Gott von Gott gar nicht genehmigt, ja, Gott hat immer gesagt, doch, ja, jeder sollte das gleiche Recht haben, ja, aber die weißen drehen sich so, wie sie wollen, das ist, ja, ja, und darum sag ich heute, ja, denen keine Geld von anderen, ja. 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 Ja.